Hallo liebe Kiket-Freunde, herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video-Tutorial für die Kiket-Version 8. Hallo liebe Lehrgangsteilnehmer, wir sind jetzt mit unserem Schaltplan soweit fertig und wollen jetzt anfangen, aus diesem Schaltplan eine Platine zu erzeugen. Bevor wir das machen, prüfen wir nochmal ein paar Dinge. Wir gehen hier oben, wie wir es schon gemacht haben, auf Schaltplan annotieren und prüfen nochmal, ob irgendetwas annotiert werden muss. Wir sehen hier Annotation vollständig, das heißt unser Schaltplan ist vollständig annotiert. Dann prüfen wir als nächstes nochmal abschließend einen ERC-Check. Hier bitte darauf achten, dass alles angehakt ist, lassen den ebenfalls nochmal durchlaufen. Wir sehen, hier ist alles okay, alles in Ordnung. Dann prüfen wir im dritten Schritt, ob alle Footprints zugewiesen sind. Das ist dieser Button hier oben, Footprints zuweisen. Wir sehen jetzt hier in der Mitte sind alle Footprints zugewiesen, mit denen uns zur Verfügung stehenden Footprints, die wir eben für unsere Platine brauchen. In dem Fall wollen wir ja hier betratete Elemente verwenden, das ist also hier zugewiesen. Wir sagen okay und können jetzt unsere Platine anfangen zu erstellen. Und zwar gibt es hier hinten den Button zum Platinen-Editor wechseln. Den brauche ich dann, wenn ich schon mit meiner Platine angefangen habe, zu arbeiten. Ich kann also hier den Platinen-Editor starten. Er startet dann, aber ich habe jetzt hier noch keine Bauteile drin. Da muss ich anders vorgehen, um jetzt die Bauteile hier in diesen Editor zu bekommen. Ich schließe den hier an der Stelle nochmal. Und zwar gibt es die Möglichkeit, die Taste F8, Funktionstaste F8 auf der Tastatur zu drücken oder hier über Werkzeuge Platine aus Schaltplan aktualisieren F8. Da klicken wir jetzt mal drauf. Jetzt wird der Platinen-Editor erstellt oder geöffnet. Und wir sehen jetzt hier so ein Fenster. Auch hier sollten wir wieder prüfen, ob alle Bauteile mit hinübergenommen werden. Da sehen wir hier, dass jetzt alle Bauteile da sind. Keine Fehlermeldung. Das heißt, die Bauteile und alle Footprints sind jetzt hier vorhanden. Und jetzt kann ich sagen, Platine aktualisieren. Und wenn ich das jetzt hier leese, hängen jetzt alle meine Bauelemente hier an meiner Maus. Und die lege ich mir einfach hier oben mal in unserer Ecke ab. Wir sehen jetzt, wir haben jetzt hier unsere vier Widerstände. Wir haben die zwei großen Elektrolyt-Kondensatoren. Wir haben hier die beiden Transistoren, die beiden LEDs und den Connector. Das liegt jetzt erst mal hier in unserem Leiterplatten-Editor. Jetzt müssen wir als nächstes eine Leiterplatte anlegen. Eine Leiterplatte anlegen, heißt, wir brauchen die Umrisse unserer Leiterplatte. Da greife ich jetzt an dieser Stelle schon mal etwas vor, bevor ich euch hier die ganzen Layer und die Buttons erkläre. Wir gehen dazu wie folgt vor. Wir klicken hier den Layer Edge Cuts an. Edge Cuts heißt Definition des Platinenumrisses. Also das ist im Englisch der Platinenumriss. Den wählen wir jetzt an. Wir sehen dann hier vorne, wenn ich hier auf einen anderen Layer klicke, immer so ein kleines blaues Dreieck. Das ist also der aktive Layer. Ich klicke hier drauf, das Dreieck springt hier hin. Wir sehen also, das ist unser aktiver Layer. Dann machen wir mal einen Rechtsklick auf die freie Fläche hier im Platineneditor und gehen hier unten auf Raster und stellen unser Raster auf das metrische Maß 1 mm ein. Warum machen wir das? Wir wollen eine Eurokarte verwenden und eine Eurokarte hat die Maße von 160 mm mal 100 mm. Und in dem Moment, wie wir das Raster auf Millimeter umgeschaltet haben, zeigt uns KeyCat hier nämlich auch unsere Maße in Millimeter an. Dazu gehen wir auch hier links auf Millimeter. Dann werden uns die Maße in Millimeter angezeigt. Und wir wählen jetzt hier rechts ein Rechteck zeichnen. Und wir zeichnen jetzt also dieses Rechteck, dadurch, dass der Layer Edge Cuts ausgewählt ist, eben in diesem Layer Edge Cuts. Das wird also unser Platinenumriss. Und wenn wir hier 160 nach rechts und 10 oder 100 mm nach unten gehen, fangen wir mal ungefähr hier in dem Bereich an. Und einmal klicken links und jetzt ziehen wir uns das einfach auf bis auf ungefähr 160, gehen dann nach unten bis auf 100. Jetzt muss ich hier mit der Maus natürlich ein bisschen sorgfältig arbeiten, sodass das dann entsprechend sauber eingestellt ist. Die Werte werden angezeigt, 160 mal 100 nochmal klicken und damit ist unser EdgeCut hier gezeichnet. Das heißt, wir haben jetzt eine Platine angelegt, die einen Umriss von 160 mal 100 mm hat. Damit speichern wir das. Und im nächsten Video werde ich euch dann mal hier ein bisschen näher in die ganze Oberfläche einführen, wie wir die Seite einrichten, wie wir hier Platine einrichten. Und dann werden wir anfangen, unsere Bauteile mal zu positionieren auf der Platine und Leiterbahn zu zeichnen. Danke für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.